Ein kleines, aber ausgesuchtes Programm, Anita. Zwei Seelöwen zum Anfang. Was hältst du von Seelöwen? Ich kann sie nicht ausstehen. Ach, das wusste ich nicht. Nein, das wusstest du nicht. Dramen in Miniaturform, Spannung bis zum Sehneklappern. Es ist gekommen. Das kleinste Theater der Welt. Es geht los. Hupft euch die Nase und wischt euch den Arsch aus. Nichts wird mir dem grandiosen Schauspiel gleicht. Reinspaziert, reinspaziert, ihr Jungen und ihr Alten, ihr Bösen und ihr Bösen. 17.000? Wenn ich alles flüssig mache. Alles flüssig? Ja, und dann? Bädel, kannst du mir 2000 Mark borgen? Aber natürlich Anita.